Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für, nun, Dienstag, den 24.03.2020 und unser DAX hat gestern, ja, ist hochgesprungen, wir haben gesagt, es wird wichtig, wie er aufkommt, wie er aufprallt, das war erstmal eine harte Landung, das war auch nicht ganz eben, wo er da aufgesetzt hat, das hat uns nicht geruckelt, ich weiß nicht, wer von Ihnen in der Nacht noch wach war, ähm, das, äh, das, äh, hat es schon Eindruck hinterlassen, ähm, wenn sie, äh, die Amerikaner sind ja zur Zeit noch Sommerzeit, technisch eine Stunde voraus, 23 Uhr sind die reingekommen, ähm, ich hab's mir mit angetan, hab mir zugeguckt, drei Minuten waren die Börsen offen, dann war zu, wegen Limit Down, ja, äh, die Amerikaner einmal unten an der Grenze dran, an der, an der, quasi am absoluten Limit, und, ja, von dort an gesehen, also DAX ist zu dem Zeitpunkt bei 8,150 taxiert worden, wenn ich das jetzt schon anschaue, was der eigentlich über den Tag jetzt gemacht hat, komme ich jetzt schon ein bisschen an meine Grenzen, ähm, wie ich Ihnen hier überhaupt noch was erklären soll, ich hab sehr viele Gespräche, würde ich nicht sagen, ähm, sehr viele Sachen auch gelesen, sehr viele Leute, die mir auch Sprachnachrichten geschickt haben, und so weiter, und so fort, ähm, wo ich jetzt schon fast davon ausgehe, die Welt geht unter, also wirklich viele, die sich jetzt gemeldet haben, wo halt wirklich Existenzen auch jetzt langsam richtig grenzwertig dranhängen, die halt sagen, ähm, Martin, äh, du hast das jetzt so flachsig gesagt, ähm, du, du, du gibst dein Geld, äh, jetzt woanders aus, und alles ist gut, und die Börse wird gut, aber ich hab meinen Laden jetzt schon, ähm, hier fast eine Woche zu, wenn ich den noch zwei Wochen zuhaue, dann kann ich mich erschießen, weil dann hab ich hier keine Kohle mehr, da ist nichts mehr da, da ist alles weg, so, weil ich bezahle so und so viel Kohle für das Ding pro, pro Woche, pro Monat, äh, wir haben jetzt alles hier umgebaut, wir haben jetzt alles toll gemacht, um jetzt hier, äh, richtig frühlingsommer in die Saison reinzugehen, haben hier einen Haufen Kohle in die Hand genommen, die ganzen Kredite, das muss alles abbezahlt werden, und hier kommt jetzt kein Geld rein, das geht nicht, ich kann das nicht, wie soll ich's machen, ne, also, das ist sehr grenzwertig irgendwie, ne, weil klar hängen hier Existenzen dran, ich kenne auch schon ganz viele, die entlassen wurden, die in Kurzarbeit rein sind, ähm, die jetzt selber auch weniger Geld zur Verfügung haben, wo ich mir dann auch sage, gut, wie sollen die, wie sollen die auch jetzt Aktien kaufen, wenn die weniger Geld haben, wie soll jetzt, wie sollen die den Konsum an, die Wirtschaft ankurbeln, wenn die weniger Geld haben, ne, wenn die arbeitslos sind, und so weiter, wie soll das funktionieren, ähm, das komme ich schnell an den Punkt, wo ich sage, ich weiß schon, warum ich eben nicht fundamental Daten analysiere, und warum ich nicht nach Nachrichten trete, ich kann's nicht, also, ich krieg's auch nicht übereinandergelegt, und ich kann dann nicht für mich, ich kann für mich einfach nicht sagen, mit den Informationen, die ich habe, steigt es, oder fällt es jetzt tausend Punkte, wenn ich das so höre, würde ich sagen, die Börsen fallen jetzt auf null, wenn ich alle das so höre, was ich jetzt so über den ganzen Tag zusammengetragen habe, und was man in Nachrichten mitbekommt, und so weiter, und so fort, so zwangsläufig muss man ja jetzt ab und zu doch mal reingucken hier, äh, nicht, dass man irgendwie weggehaftet, wegverhaftet wird, nur mal, wenn man kurz aus dem Fenster guckt, und da jetzt verkündet wurde, dass eine Fenstersperre gemacht wird, keine Ahnung, ähm, ähm, ja, wir gucken da trotzdem momentan ein bisschen, ein bisschen stärker in die, in die Nachrichten rein, mir tut's nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen, also, mich beeinflusst es unheimlich, denn, wenn ich den Chart angucke, also, wenn ich wirklich sage, okay, ich mach mal hier drei Schritte zurück, und ich guck mal ganz neutral auf den Chart, wir haben auch im, im Premium-Dienst heute war, äh, recht, ja, schon fast lustig gewesen, ähm, auch auf unserer neuen Seite hier im Chat, wir haben ja dann nun öffentlich, also, was heißt öffentlich, für die, die kostenlos sich registriert haben, können, die können in den Chat mit reingucken, das war schon ganz interessant gewesen, äh, wie der Leute, äh, auch wenn schon gesagt wurde, dass ich das bestimmt im Video irgendwie verwende, äh, ja, wie dann total der Optimismus plötzlich kam, als wir oben an der 8150, äh, in der 9150 waren, da habe ich dann gleich geschrieben, Vorsicht, Vorsicht, wenn jetzt hier so viel Optimismus herrscht, dann kommt bestimmt erst mal noch die 8800 oder die 896, hier unten hat er dann so ein bisschen rumgedödelt, ähm, hat der, der Dow Jones wollte nochmal sein Tief, sein Nachttief unten haben, aber auch da hat er keins Neues drunter gesetzt, ne, der Dow Jones war in der Nacht auf dem 2015er hoch, das ist eine Stelle, die ist genauso wichtig wie im DAX, diese 8000 bis 7500, ne, also, wo wir ja jetzt schon aufgesetzt haben, von daher, da haben wir jetzt den Dow an der Stelle, wo ich sage, technisch, wichtig, wichtige Marke, und wir haben den DAX an der Stelle, wo ich sage, sehr wichtige Marke, so, ich bin heute Nacht, hier noch da gewesen, da stand der DAX hier, so, wenn ich jetzt gucke, was ist passiert, was hat er im regulären Handel draus gemacht, ist er hier, eröffnet, 8 Uhr, 9 Uhr hier, und dann nach oben geballert, und das auch ganz gut, und hier auf der Stelle gestehen, blieb, nicht weiter runterweg verkauft, nicht weiter Panik, es hatten ja einige unter das Video geschrieben, sie rechnen damit, dass die Amerikaner jetzt noch richtig Panik kriegen, ähm, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die Indizes dort halt auch echt schon weggebrochen sind, und die sind nicht wahrscheinlich weggebrochen, weil die Europäer nur verkauft haben, und die Amerikaner noch nicht, also, ich glaube schon, dass das, was jetzt so alles gefallen ist, dass durchaus auch da die Amerikaner schon im Forecast einfach auch mit verkauft haben, das glaube ich schon, aber die Sache ist halt, die Amerikaner sind die eine Seite der Weltkugel, die andere Seite sind die Chinesen, im asiatischen Raum, so, und dort ist es ja eher mehr wirklich in der Deeskalation, also, ich kriege auch von Bekannten und auch von Leuten aus dem Dienst jetzt hier mit, die aus dem Raum da drüben kommen, die sagen, ja, da ist noch Lockdown, also, es gibt noch Teile, wo das jetzt weitergeht, aber es gibt auch weite Teile, wo halt schon wieder richtig das als abgearbeitet angesehen wird, ne, die wieder in die Routine reingehen, bei denen ist plötzlich alles so wie vorher, die machen einfach ganz normal weiter, rennen aber mit ihrem Mundschutz noch rum, so, und na klar, man muss sich auch mal an die Leute reinversetzen, die denken sich, naja, war doch jetzt gar nicht so schlimm, ich war jetzt hier einen Monat zu Hause, jetzt geht alles weiter, ich arbeite wieder, alles super, und dann sehen die, in Europa, in Amerika stürzen überall die Börsen ab, weil alle denken, jetzt kommt das Riesending dran und die selber sind aber zuversichtlich, dass die das vielleicht auch packen, na klar, kaufen die dann auch zu, also, ich kann mir das schon vorstellen, dass wir momentan hier viele asiatische Käufe, ohne dass ich's weiß, pures, pures, Bauchgefühl, pure Vermutung, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass aus dem asiatischen Raum momentan hier viel übernommen wird, jetzt, ne, viele Anteile erworben werden, ähm, weil man einfach sagt, das ist jetzt gerade günstig zu kriegen hier, und das sind starke Nationen, die kommen auch wieder auf die Beine, die haben auch, äh, von den Regierungen her genug Futter da drunter, um eben auch entsprechend mal ein Rettungspaket rauszustürmen und so weiter und so fort, das sind keine Nationen, die jetzt hier irgendwie kurz vorm Kollaps stehen, ne, also gerade wenn man in Deutschland, ähm, USA damit anguckt, Spanien, Italien ist da vielleicht schon ein bisschen eher was anderes, aber was ich sagen will, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, so, wir wollen da jetzt aber gar nicht so tief reingehen, wir wollen, das, was ich kann, das, was mir liegt, ist die technische Analyse, und da würde ich ganz gerne bleiben, das ist, das ist für mich etwas, was kann, was ich greifen kann, wo ich sagen kann, okay, wir ziehen hier eine Linie, sagen, der steigt dann ein bisschen hoch, fällt hier nochmal zurück und steigt dann an, und der macht das halt, ne, also, das ist für mich wesentlich greifbarer, wie zu sagen, okay, heute höre ich schlechte Nachrichten, jetzt handel ich short, morgen höre ich gute Nachrichten, das hängt ja auch davon ab, wer mir was erzählt, welche Sender ich gucke, lese ich auf Fokus, lese ich auf Sternen, lese ich im Handelsblatt, ne, überall hat man so eine andere Stimmung, ne, also jeder, jedes Magazin hat auch eine ganz andere Note, eine ganz andere Art, wie man mit Emotionen umspielt, ne, es gibt Magazine, die sind extremst anfeuernd für Panik und Angst, ohne, dass ich jetzt einzelne nennen möchte, sie kennen die, die sind immer die gleichen Überschriften, das klingt immer alles Katastrophe, egal, was da am Tag passiert, egal, ob Corona ist oder nicht, und andere, aber gut, kommen wir zum Punkt, der DAX hat eigentlich genau das gemacht, was er hier machen sollte, er ist ein bisschen, ein bisschen, ähm, ein bisschen, bisschen tiefer hochgedreht, das ist aber okay, das ist, das ist jetzt nicht gravierend, die 100 Punkte, die er da tiefer gemacht hat, ist bei der aktuellen Marktschwankung kein Akt, hat sich jetzt hier nochmal hochgesetzt, und deswegen würde ich jetzt durchaus sagen, ne, halt, haben wir hier nicht, das ist doch noch einen Tag zurück, der hat wohl meine Änderung von gestern gar nicht übernommen, haben wir hier nicht noch einen Pfeil drangesetzt, haben wir nicht gesagt, oberhalb von 9000 oder sowas, warten Sie mal, da muss ich selber jetzt mal kurz gucken, das irritiert mich jetzt ein bisschen, was ich jetzt hier sehe, warten Sie mal, so sah das gestern aus, naja, dann können wir das doch jetzt nochmal reinzeichnen, das ist doch noch aktuell, da war er ja, da war er ja nur dran gewesen, ne, können wir hier quasi, das einfach nochmal mitziehen, das war jetzt, wenn ich das so richtig gesehen habe, war das jetzt so in etwa sowas hier, ne, dass wir gesagt haben, wenn er da drüber geht, dann geht das hier weiter, dann kommt er nochmal zurück, und dann geht er raus, ne, jo, so in etwa hat man es gezeichnet, also da so oben knapp, oben Linie, also gar nicht mal die 9000, sondern schon ein bisschen höher, wegen der SKS, genau da, deswegen sind wir da drauf gekommen, weil er eben die SKS machen sollte, und jetzt gucken Sie mal, das ist doch wunderbar gewesen, ja, ihr habt schon ganz gruselige SKS gesehen im Netz, äh, da haben Leute hier die Schultern oben gesetzt, den Kopf unten, also das sagt gruselig, aus dem Inverse SKS ist hier die Schulter, hier die eine Nacken, der eine Nacken, dann haben wir den Kopf, hier der andere Nacken, und hier die andere Schulter, ne, und die Nackenlinie, deswegen ist es auch wichtig, dass man den Nacken, auch am Nacken erkennt, ist ja dann der, der, das, das Long-Signal, das Kaufsignal, das Bestätigungssignal, der Trigger für die, für die SKS, in der SKS handelt man ja nicht jetzt hier unten an einem, an der Schulter, oder an einem Kopf, weil dann ist es noch keine SKS, die SKS ist erst die SKS, wenn die Nackenlinie durchstoßen wird, halt vorher kann es noch alles andere werden, deswegen, ähm, sollte man schon darauf achten, dass man es auch richtig zeichnet, also insbesondere, wenn man, wenn man das öffentlich publiziert, aber gut, da mag jeder so seine Qualitätsansprüche haben, ähm, ja, also das können wir nochmal mitnehmen, das bleibt quasi bestehen, geht die SKS oben raus, kann er das noch schaffen, ansonsten, das ist hier, das ist vollkommen ausreichend, äh, was er hier gemacht hat, das passt da voll ins, ins Bild, sollte der, Dow Jones, zu dolle wackeln, der Dow Jones gefällt mir nicht ganz so, der ist an der, 18,350 mir nicht genug weggekommen, ich persönlich denke schon, dass wir jetzt hier oben raus drehen, wir haben das höhere hoch, wir haben kein tieferes Tief gesehen, das heißt, wir haben Stand jetzt, erst mal kippen, drehen wir jetzt ein bisschen, das muss keine Trendwende werden, aber es kann für eine Erholung reichen, und dafür müsste er aber noch ein neueres, hochsetzen, und an dem neuen Hoch, können wir jetzt dann ableiten, wird es eine Erholung, oder gibt es nach unten ein Fail, kriegen wir nämlich jetzt ein neues Hoch, über die 9200, dann wäre das, das Go, für die Erholung, hoch, bis 9600, weiter, bis 9800, weiter, bis 10400, 10200, 10300, das sind jetzt die nächsten Stationen, auf der, auf der Oberseite, wenn die SKS, an, äh, wenn die SKS, angetrickert wird, wenn die gezündet wird, wenn die loslaufen kann, ist das, wäre das üblich, ne, das sind die nächsten Ziele, aber er muss dafür zwingend, hier eben noch raus, er muss über die 9150, dann kann er das schaffen, schafft er das nicht, oder, macht ein neues Hoch über, und das ist ganz wichtig, über der 9200, und schmiert uns danach, unter die 8400 weg, dann heißt es unbedingt, aufpassen, weil dann, haben wir hier einen Fehlausbruch, wir kriegen einen Wechsel, von wieder neuen Tiefs rein, und dann kommt eine Abwärtstrendfortsetzung, und dann ist das Gefährliche, dass wir hier, sehr, 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 sehr lange, schon zwei Wochen fast, zur Seite notieren, also jetzt eine Woche erstmal, aber das sind ja dann, wenn es ausgelöst wird, sind es zwei Wochen, das heißt, in dem Moment, wo er dann einen Fehlausbruch, oben macht, und sich unten einstriggert, auf dem Konter, quasi, würde er dann, auch locker, nochmal ein bis zwei Wochen, Abwärtsbewegungen, freischlagen, und die, im Verhältnis zu dem, müsste man eher, schon fast hier, in dem Bereich suchen, ne, also, das wäre dann, für unsere 7500, nicht gut, weil die dann, wahrscheinlich nicht halten kann, ne, sondern, dass es dann tiefer geht, ne, hier in dem Bereich, ne, wenn sie die Bewegung so sehen, zack, 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 hier, und dann weiter, so, die Zone rum hier, und deswegen wäre es für den DAX schon wichtig, im gleichen Atemzug würde unser Dow Jones wahrscheinlich auf die 15.000 fallen, das sind die, die Hochs aus 2005, ne, die Tiefs aus 2015, und ich glaube, die Hochs aus 2008 oder so, das kommt beim Dow Jones so zwischen, zwischen 15.000 und 13.500, und das Interessante wäre eben, genau bei 15.000 hätte er halt 50% vom Hoch verloren, deswegen ist das nicht ganz so auszuschließen, dass der dann noch runter geht und geht unser DAX dann eben mit, weil er zum Beispiel hier zu optimistisch ist, sich versucht von, von den Amerikanern abzukoppeln, und er versucht es momentan, er versucht es momentan, sich von den Amerikanern abzukoppeln, wir haben hier, gucken Sie, gucken Sie, wie die Tiefs sind, und legen Sie die Amerikaner dagegen, die stehen hier unten an den Tiefs, das heißt, unser DAX performt gerade die Amerikaner aus, das ist super Leistung, aber wenn der sich jetzt oben verausgabt, und er kriegt dann auf die Fresse, direkt frontal ins Gesicht, mit der geballten Faust, dann kippt der um wie so ein nasser Sack, ja, und wir kennen alle unseren DAX, also, der kennt dann auch kein Halten mehr, ne, deswegen sollte man echt aufpassen, wenn die 9200 nicht gekauft wird, wenn nicht genug Zuversicht im Markt ist, wenn nicht genug Käufer reinströmen, auf so ein positives Signal, ich glaube aber, die kommen rein, ne, aber wenn die nicht reinkommen, und den Haus hier unten rein, dann ist das ein Scheitern, dann ist das ein Auflösen, dann müssen alle, die hier gekauft haben, im Zweifel sich sogar nochmal absichern, nach unten, beziehungsweise nochmal rausgehen, und das löst Druck aus, und dann hat der DAX gut, und gerne nochmal Potenzial, sogar unter einer 7000 zu schlagen, das macht er an zwei Tagen, ne, zack, einmal bis hier, zack, einmal bis hier, und dann steht er hier, und da sollte man sich aber schon drauf einstellen, weil das sind nochmal gut 20%, das kann wehtun, wenn man das gehebelt mitnimmt, okay, also das auf der Unterseite ist soweit, deswegen, die Sachen hier, ähm, dann ein bisschen mit Vorsicht nehmen, das bleiben wichtige Marken, 8000, 7500, es wird jetzt eben wichtig, wie der DAX weitergeht, geht er über die 9200, muss man hier unten aufpassen, fällt er direkt runter, kann man sogar die 8000 Long nochmal probieren, also wenn er jetzt direkt hier so runter geht, dann wäre das noch im Sinne dieser Seitwärtsspanne, ein überschießendes Muss, eine überschießende Bewegungswelle, eine Bewegungswelle möglich, dann würde er sich hier wieder hochdrehen, das glaube ich schon, aber wenn er oben den Ausbruch verpasst, wird es gefährlich, also das soweit auf der Ebene, ansonsten, eine andere brauchen wir uns nicht angucken, das sieht alles unbrauchbar aus, Tagesschart brauchen wir nicht reingucken, Wochenchart brauchen wir jetzt noch nicht gucken, da kommen sie bloß auf falsche Ideen, da ist die Wochenkerze, ist nämlich aktuell grün, aber man analysiert niemals die aktuelle Kerze, man aktualisiert immer eine fertige Kerze, und im Wochenchart ist die Kerze erst am Freitag fertig, deswegen sollte man da auch erst am Freitag drauf gucken, ja, im Monatschart hat sich jetzt auch nichts verändert, das steht ja an der gleichen Stelle wie am Vortag, und naja, lassen wir es dabei, ich drücke ihr wirklich allen die Daumen, die irgendwie im Einzelhandel sind, die gerade irgendwie von Arbeit rausgeschmissen worden sind, dass man hier relativ schnell auch zu der Entscheidung kommt, oder eine Lösung findet, dass, ja, die Wirtschaft hier irgendwie am Leben erhalten wird, dass man da auch zeitnah irgendwie Hilfe und auch, ja, finanzielle Unterstützung auch vom Staat kriegt, oder von wem auch immer, und, ja, bleiben Sie bitte gesund, also, das ist, also, ich weiß nicht, heute habe ich total, jeden Tag ein anderes Gefühl so, also heute, weiß nicht, fühle ich mich so mit dem, was ich gehört habe, hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, so was die Leute so erzählt haben, und wie viel Verzweiflung da auch gerade da ist, ne, also wie viel, wie scheiße es halt jemandem auch gehen kann, da kann ich mich vom Glück reden, dass ich hier, äh, mich für sowas entschieden habe, und, dass die Börse noch läuft, und ich dem noch nachgehen kann halt, ne, in dem Moment, wo jetzt vier Wochen die Börse dann aus dem Handel ausgesetzt wird, ne, da habe ich auch nichts gekonnt, okay, gut, alles klar, dann, bleiben Sie, bleiben Sie, bleiben Sie fit, bleiben Sie gesund, bleiben Sie liquide, ne, und ich drücke allen die Daumen, die zu kämpfen haben, also, tschö tschö, Vielen Dank.